Ein Zwischenruf, warum Kotschs Beitrag hinters Licht führt. Zur Reaktion von Michael Kotsch auf die Hilfestellung der Pastoren Tobias Riemenschneider und Peter Schild. Von Eberhard Dahm, Institut für Gemeindeaufbau. Am 3. Dezember 2021 veröffentlichten Tobias Riemenschneider und Peter Schild, Pastoren der evangelisch reformierten Baptistengemeinde Frankfurt, eine Hilfestellung für einen biblischen Umgang mit der Corona-Impfung. Sie veröffentlichten diese sowohl in einem Video als auch in einem inhaltlich identischen Text. Michael Kotsch äußerte sich zu dieser Hilfestellung öffentlich auf seinem Blog und darüber hinaus in Pro, das christliche Medienmagazin, datiert auf den 21. Dezember 2021 mit dem Titel Warum dieses Video der ERB-Gemeinde Frankfurt keine Hilfestellung ist. Ein Corona-Video einer konservativen Frankfurter Gemeinde sorgt für Furore. Einseitig, theologisch dürftig, fachlich mangelhaft, analysiert Michael Kotsch, ein Gastbeitrag. Grund für diesen Zwischenruf Im Zentrum dieses Zwischenrufs steht die Frage, was ist Wahrheit und was sind wir einander als Christen und Mitmenschen im Umgang mit der Wahrheit und Wirklichkeit schuldig? Es sind nämlich im Beitrag von Kotsch sowohl handwerkliche als auch ethische Mängel zu beanstanden, die man ansprechen muss. Mein Zwischenruf gilt nicht zuerst den Standpunkten und Überzeugungen von Kotsch auf der einen und Riemenschneide und Schild auf der anderen Seite. Vielmehr sind folgende zwei Dinge unbedingt anzusprechen. Erstens, es geht hier um die auffällige inhaltliche Diskrepanz von Kotschs Aussagen zum besprochenen Text der Hilfestellung der beiden Pastoren. Zweitens fallen in Kotschs Zitaten erhebliche inhaltliche Abweichungen von den wörtlichen Aussagen der beiden Pastoren auf. Daraus aber ergeben sich Schlussfolgerungen bei Kotsch, die den Aussagen der Hilfestellung so nicht entsprechen. Da sich die Liebe mit der Wahrheit freut, wird es dienlich sein, die folgenden ausgewählten Punkte genauer zu betrachten. Einige Aussagen der Hilfestellung sollen hier beispielhaft in ihrem eigentlichen Sinn ins rechte Licht gerückt werden, weil sie durch Fehldarstellungen entstellt wurden. Die gröbsten Auffälligkeiten Erstens, die Adressaten der Autoren werden übersehen. In ihrer Hilfestellung erklären die Pastoren, an wen sie sich konkret richten. Diese Hilfestellung richtet sich an Christen, die eine Corona-Impfung aus Glaubens- und Gewissensgründen ablehnen oder mit der Frage kämpfen, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht. Enthält aber auch wichtige Hinweise für Christen, die bereits geimpft sind, so die Pastoren. Adressaten und Absichten der Autoren sind klar formuliert. Man erfährt, dass die Pastoren ein seelsorgerliches Anliegen verfolgen und einen konkreten Anlass haben. Die Hilfestellung richtet sich an solche Personen, die eine klare, ablehnende Position zur Impfung vertreten, und an solche, die unschlüssig sind, ob sie sich impfen lassen sollen. Die Beurteilung der Hilfestellung fällt nach Kotsch's Analyse jedoch düster und sehr negativ aus. Denn sie sei Kotsch übersieht die ausdrückliche Nennung der klar benannten Adressaten. Was macht Kotsch daraus? Kotsch ist augenscheinlich entgangen, dass das Anliegen der beiden Pastoren ein anderes ist. Zweitens, die Absicht der Autoren wird übergangen. Anders als Kotsch es sich vielleicht wünscht, wenden sich die Pastoren mit einer seelsorgerlichen Hilfestellung an eine bestimmte Gruppe von Christen. Diese Christen mit ihrer seelischen Not haben die Pastoren im Blick. Wie auch immer man Kotschs Kommentar und Position einordnen will, fest steht, dass er das Anliegen der Pastoren nicht beachtet. Die Vorgehensweise der Autoren könnte man auch als pastorale Stärke werten, aber durch Kotschs Beitrag erscheint sie ruckzuck in einem problematischen Licht, da sie sich nicht um eine, Zitat, einigermaßen neutrale Darstellung bemühen. Genau das war aber aufgrund des seelsorgerlichen Anliegens überhaupt nicht ihre Absicht. Drittens, die Mitteilungsabsicht wird nicht erfasst. Der Lese von Kotschs Ausführungen bleibt im Dunkel über die eigentliche seelsorgerliche Absicht der Pastoren. Solange man den Ausgangstext nicht selbst überprüft, wird man Kotschs Aussagen folgen können, aber wird dabei, wie auch Kotsch, die Mitteilungsabsicht der Autoren nicht erfassen können. Ein ernsthafter Seelsorger will an der Situation des Hilfesuchenden anknüpfen, um Hilfestellung zu geben. Kotsch liest die so gedachte und formulierte Hilfestellung aber aus einem völlig anderen Blickwinkel. Darum wird er dem gesamten Anliegen der Autoren nicht gerecht. Viertens, ein Fehlschluss führt zum Trugschluss. Genau an diesem Punkt läuft Kotsch am Anliegen der Hilfestellung vorbei und landet ganz woanders. Es ist wie mit dem falsch zugeknöpften Hemd. Er übergeht das erste wichtige Knopfloch, die drängende seelsorgerliche Fragestellung, und landet ohne sachliche Begründung in seiner Argumentation neben dem eigentlichen Anliegen der Autoren. Kotsch bringt seinen Wunsch nach einer neutralen Darstellung und der offiziellen Sicht zum Ausdruck. Aber steht damit bereits abseits der Aussage und Mitteilungsabsicht der Pastoren. Hier liegt bei Kotsch ein informationeller Fehlschluss vor. Dieser Fehlschluss ist die tönerne Grundlage für seine kritische Beurteilung. Jedenfalls sitzt Kotsch an diesem Punkt noch nicht einmal gedanklich mit im Boot der Christen, die die Corona-Impfung aus Glaubens- und Gewissensgründen ablehnen oder Einwände gegen die offizielle Sicht haben und für die laut den Pastoren dies die schwerste Glaubensprüfung ist, die sie je erlebt haben. Entsprechend beurteilt Kotsch den ganzen Vortrag aus diesem distanzierten Blickwinkel und kommentiert, 5. Die Darstellung der Position ist angemessen. Kotsch stellt fest, die Hilfestellung sei einseitig, theologisch dürftig, fachlich mangelhaft. Ist das so? Der Vorwurf der Einseitigkeit kann nur entstehen, wenn man den Text im Ansatz und Anliegen wie Kotsch missversteht. Theologisch dürftig lautet Kotschs Urteil, das aber so gar nicht zu den zitierten Bibeltexten und Verweisstellen in den Fußnoten im Textdokument passen will. Die Darstellung der inhaltlichen Positionen samt Belegen ist angemessen. Denn immerhin befinden sich im Textdokument, welches die genaue Vorlage für den 44-minütigen Vortrag ist, 80 Bibelstellen in den Fußnoten. Sie dienen als Verweisstellen für die theologischen Aussagen und Argumente. Zusätzlich beinhaltet der Text 77 Fußnoten, die sachlich vertiefend auf Quellen und weiterführende Texte verweisen. So wird zum Beispiel auf ausführliche Texte des Gemeindenetzwerks, dem Arbeitszweig des Gemeinhilfsbundes, hingewiesen. Die Pastoren bemühen sich erkennbar um eine offene, begründete biblische und medizinische Darlegung. In den Fußnoten befinden sich Verweise auf Daten und Informationen vom RKI, WDR, der Tagesschau, der Berliner Zeitung. Das alles kann der Leser von Kotschs Beitrag ohne den direkten Vergleich der schriftlichen Hilfestellung der Pastoren nicht wissen. Im Hinblick auf die 157 Fußnoten, Belegstellen und Anmerkungen der Pastoren ist die Hilfestellung alles andere als dürftig. Es ist Kotschs gutes Recht, seine ganz persönliche Meinung zu vertreten, dass die, Zitat, vorgebrachten Behauptungen weder biblisch noch medizinisch wirklich überzeugend sind, Zitat Ende. Allerdings verweisen die Fußnoten auf eine Fülle von Informationen, die, wenn man sie gründlich gelesen hat, im Kontrast zu Kotschs Urteil, einen völlig anderen Eindruck hinterlassen, als dem, theologisch dürftig, fachlich mangelhaft zu sein. Es geht an dieser Stelle keineswegs darum, dass Kotsch nicht ein persönliches Urteil fällen dürfte. Selbstverständlich darf er, wie jeder andere, seine Meinung haben und äußern. Aber würde jeder Leser ihm ungeteilt zustimmen, wenn er von den 157 verweisen wüßte und diesen Quellen nachginge? 6. Darstellungen anderer sollten nicht entstellt werden. Drei Beispiele. Setzt man voraus, Kotschs Leser haben den Vortrag der Hilfestellung nicht angehört oder auch den zum Vortrag gehörenden identischen Text der Pastoren nicht gelesen, dann können sie nicht wissen, was gesagt wurde. Allerdings werden sie durch Kotschs Artikel mit Aussagen konfrontiert, welche die Pastoren so überhaupt nicht gemacht haben. Bedauerlicherweise zeichnet Kotsch hier und da eine Karikatur der von den Autoren präsentierten Inhalte. Es wird ein verzerrtes Bild gemalt, das mit dem Original, auf das Kotsch sich zu beziehen glaubt, stellenweise nichts gemein hat. 1. Das Video sei keine Hilfestellung. Zitat, warum dieses Video der ERB-Gemeinde Frankfurt keine Hilfestellung ist, so der Titel in Bro, keine Hilfestellung? Das ist Kotschs eigene Meinung. Aber auf die Art und Weise der Begründung dieser Meinung kann man im Verlauf seiner Ausführungen weitere Überraschungen und Enttäuschungen erleben. Kotsch behauptet, Zitat, immer wieder wird mit radikalen und angriffigen Ausdrücken Stimmung gegen den Staat, gegen Impfbefürworter und gegen alle Mediziner gemacht, die Corona-Maßnahmen unterstützen. Zitat Ende. Kotsch bewertet die Aussagen der Pastoren als radikal und angriffig. Ist das so? Seine stark interpretierende und pauschale Aussage, dass die Pastoren Stimmung gegen den Staat, Impfbefürworter und alle Mediziner machen, entbehrt einer sachlichen Grundlage. Sie äußern sich allerdings kritisch gegen Impfdruck und Impfpflicht. Zitat, da der stetig erhöhte Impfdruck nicht ausreicht, um alle Gefüge, zu machen, wurde nun eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche angekündigt, die dazu führen dürfte, dass etliche Menschen, die sich der Tyrannei nicht beugen wollen, ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Zitat Ende. Hier wird das Problem von den Pastoren beim Namen genannt, das ja tatsächlich für Menschen in den Gesundheitsberufen eine reale Drucksituation ist und als Tyrannei empfunden werden kann. Da Kotsch eher um die offizielle Sicht und die neutrale Darstellung bemüht ist, stößt er sich an solchen radikalen und angriffigen Aussagen. Man fragt sich, was seine Motive dabei sind. Die Aussagen passen nicht in seinen Denkrahmen. Aber die Pastoren erheben die Stimme doch für solche, für die die Impfung aus verschiedenen Gründen ein Zwang darstellt, dem sie sich nicht unterwerfen können und wollen. Für Betroffene kann das Video eben doch eine Hilfestellung sein, weil ihre seelische Not hier ernst genommen wird. Zweitens. Hinzufügung mit schweren Folgen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Kotsch durch die Hinzufügung eines Wortes eine Textaussage verändert und daraus eine logische Sackgasse zu Ungunsten der Autoren konstruiert. Kotsch verändert folgende Originalaussage. Zitat. Wie viele Kinder, für die Experimente getötet wurden, ist nicht bekannt. Zitat Ende. Mit einem semantischen Trick oder aus purer Schludrigkeit fügt Kotsch hier ein Ob ein, das sich nicht im Originaltext der Autoren befindet. Durch diese unzulässige Hinzufügung wird aber der behauptete Tatbestand der Pastoren, dass Embryonen wirklich getötet wurden, infrage gestellt. Kotsch schreibt, Zitat, wenn aber nicht bekannt ist, ob und wie viele Embryonen für Corona-Impfungen getötet wurden, wie kann man Corona-Impfungen dann aufgrund von Nichtwissen beurteilen, wie das die beiden Pastoren tun? Zitat Ende. Dieses eingefügte Ob steht für die Pastoren ja gar nicht zur Debatte. Kotsch aber konstruiert mit diesem Ob ein Nichtwissen, das vom genannten Tatbestand der Tötung von Embryonen ablenkt. Die Pastoren sagen jedoch am Anfang des Abschnitts, Zitat, Auch diese wichtige Aussage wird dem Leser leider vorenthalten. Kotsch kommt dann zu einer seltsamen Annahme darüber, was die Pastoren behaupten, Obwohl sich das folgende Zitat von ihm weder wörtlich noch sinngemäß im Text befindet. Angeblich sagen sie, Weil wir nicht wissen, ob und wie viele Embryonen möglicherweise im Rahmen der Forschung getötet wurden, müssen wir sie ethisch ablehnen, behaupten die Pastoren. Das ist ziemlich unlogisch. Zitat Ende. So steht das nicht einmal annähernd im Text, und das behaupten sie auch nicht. Ziemlich intransparent ist es, den Originaltext derart verfälscht darzustellen. Durch diese inhaltliche Beifügung müssen die Autoren zwangsläufig in einem seltsamen Licht erscheinen. Ist das Kotschs Absicht? 3. Inhaltlich entstellende Zitierweise Kotsch schreibt Zitat Dann lehnen die beiden Pastoren Corona-Impfungen einfach deshalb ab, weil es sich dabei um eine neue Technologie handelt. Demnach wäre also jede medizinische Forschung skeptisch zu beurteilen, weil sie neu ist. Müsste man demnach Schluss folgern. Dabei vergessen die Pastoren allerdings zu erwähnen, dass an der hier relevanten medizinischen Technik bereits seit mehr als 20 Jahren gearbeitet wird, sie jetzt lediglich zum ersten Mal in einem weit verbreiteten Produkt eingesetzt wird. Zitat Ende Wieder zitiert Kotsch verkürzt und interpretierend. Tatsächlich aber schreiben die Pastoren, Zitat, Bei den Impfstoffen handelt es sich um eine neuartige, genbasierte Technologie, die bisher nie für den Einsatz an Menschen zugelassen wurde und deren Testphasen im Vergleich zu denen aller anderen Impfstoffe, die bisher zugelassen wurden, extrem verkürzt, in Klammer teleskopiert, wurden. Zitat Ende Nochmal, Kotsch machte daraus, Zitat, Dann lehnen die beiden Pastoren Corona-Impfungen einfach deshalb ab, weil es sich dabei um eine neue Technologie handelt. Zitat Ende Kein Mensch möchte so unscharf und entstellend zitiert werden und sich dafür auch noch öffentlich erklären müssen. Die oben genannten Gründe zur kritischen Beurteilung der Impfstoffe, wie zum Beispiel die bekannten Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, werden von Kotsch gar nicht aufgegriffen. Sie sind aber bereits seit Monaten in öffentlich zugänglichen Datenbanken verzeichnet und sollten beachtet werden. Der Hinweis der Pastoren auf mögliche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen ist gerade aus medizinischer Sicht wichtig und keinesfalls unbegründet. So hat am 7. März 2022 der Pathologe Prof. Dr. Arne Burkhardt vor dem Sozialausschuss im Sächsischen Landtag zur Problematik und Gefahr der Impfungen einen kurzen Vortrag gehalten. Darin präsentiert er aktuelle Obduktionsergebnisse im Zusammenhang mit Impfungen, die beachtet werden sollten. Dass Kotsch die von den Pastoren genannten Probleme zu den Impfungen so lapidar übergeht, ist überraschend und alles andere als medizinisch überzeugend. Die Angstmacher sind andere. Kotsch schreibt, Zitat, Zitat Ende. Von einer Gefährdung des ewigen Lebens liest man im Text der Pastoren an keiner Stelle. Das Wort Leben kommt wohl siebenmal im gesamten Text vor. Allerdings steht es kein einziges Mal im Zusammenhang mit ewigem Leben und darum überhaupt nicht mit dem Bezug zu einer etwaigen Gefährdung des ewigen Lebens. Hier schiebt Kotsch den Autoren eine nicht belegbare Aussage und sogar Theologie unter. Man prüfe und staune und ob die beiden Pastoren möglicherweise sogar noch stärkere Angst und Panik wörtlich Schrecken verbreiten, ist eine unnötige polemische Zuspitzung. Erinnern sollte man sich hingegen an das sogenannte Schock- oder Panikpapier aus dem Innenministerium. Es sorgte Ende März 2020 laut Focus Online 2020 für Wirbel. Das interne Papier des Innenministeriums empfahl, den Deutschen Angst zu machen, so lautete die Überschrift eines Artikels vom 11.02.2020. Dass der Staat bzw. die Regierung den Menschen durch Maßnahmen und angsteinflößende Prognosen von Sterbezahlen mehr Angst verbreitete, als die beiden Pastoren, liegt auf der Hand. Dass diese Verbreitung von Angst auch von Medien kritisiert wurde, sollte doch beachtet werden. Liebe zur Wahrheit verpflichtet zur Sorgfalt Johann Gottlieb Fichte hat über Immanuel Kant geschrieben Also laut Fichte habe Kant den Leuten ihre eigenen Ausdrücke ganz anders erklärt, nämlich so, dass die Leute aller Bemühungen zum Trotz im Unrecht blieben. Hier bemerkt Fichte im Kern, dass diejenigen Aussagen oder Informationen, welche die Leute mitteilten, ganz rechthaberischen Erklärungen zum Opfer fielen. Sie kamen trotz ihrer Worte nicht zu Wort, weil ihre Worte durch den Erklärer umgedeutet wurden. Es liegt auf der Hand, dass es sich bei der Kunst, Menschen beim Wort zu nehmen und richtig zu zitieren, um ein Grunderfordernis sachlicher Auseinandersetzung handelt. Aber durch eine menschlich-emotionale Reaktion oder Besprechung auf eine Mitteilung kann Information zum Opfer werden. Kein Mensch will erleben, dass seine Worte durch eine unscharfe Wahrnehmung, Entstellung oder Umdeutung verdreht werden. Solche Entstellungen können zu übler Verleumdung und Verdächtigungen führen. Das kann mitunter durch Schlamperei, Unfähigkeit oder aus unlauteren Motiven geschehen. Die Bibel sagt, wir sollen kein falsches Gerücht aufnehmen und schon gar nicht verbreiten. 2. Mose 23, Vers 1 Andere sehen es anders. Das Magazin Faktum hat in seiner Ausgabe Januar 2022 auf Seite 48 unter dem Titel Hilfestellung in schwerer Zeit auf die hier besprochene Hilfestellung der Pastoren Riemenschneider und Schild empfehlend hingewiesen. Dabei gibt der ehemalige Redaktionsleiter Thomas Lachenmayr wesentliche Inhalte des Textes durch korrekte Zitate in seinem gewohnt sachlichen Stil wieder. Man sieht, andere bewerten die Hilfestellung ganz anders. Ein Fazit. Bei dem von Kotsch vorgelegten Text handelt es sich um eine Meinungsäußerung, die als solche jedem zusteht. Doch mischt sich der Text auf ungute Art und Weise mit einer streckenweise einseitigen, subjektiven Darstellung und Verzerrung von Inhalten und Fakten und einem leidenschaftlichen Eifer oder Furor. Kotsch hat dargelegt, warum das Video der Pastoren seiner Meinung nach keine Hilfestellung ist. Diese Meinung darf er haben. Es sollte mit diesem Zwischenruf deutlich geworden sein, warum man sich seinen inhaltlichen Ausführungen und Argumenten in vieler Hinsicht nicht anschließen kann, wenn man den Originaltext wirklich beachtet und versteht. Und das gilt auch ausdrücklich dann, wenn man sich der Position der Pastoren Riemenschneider und Schild nicht anschließen kann. Dass Meinungen zu verschiedenen Fragen und Überzeugungen oft auch unter Christen einander diametral gegenüberstehen können, ist bekannt. Doch sollte das nicht zu inhaltlichen Relativierungen oder einem subtilen Framing führen? Eine Meinung über einen Menschen und dessen Aussagen, besonders wenn man diese verbreitet, sollte sich auf das beziehen, was er wirklich gesagt hat. Kotschs Beitrag ist sachlich und inhaltlich mangelhaft, tendenziös, interpretierend und darum fragwürdig. Denn der Leser wird, sofern er den Text der Hilfestellung nicht kennt, buchstäblich in das Licht geführt. Diesen unsachgemäßen und ethisch fragwürdigen Umgang mit Menschen und ihren Texten wollte ich mit diesem Zwischenruf aufgreifen und ihm sachlich begründet widersprechen. Hier geht es um grundsätzliche Ethik und um einen redlichen Umgang mit Aussagen, Inhalten und Menschen, die Gott ehren sollten. Und es ist zu hoffen, dass dieser Zwischenruf als das verstanden wird, was er ist. Ein sachlich begründeter Beitrag, der helfen will, Verständigung zu Gottes Ehre zu fördern. Er ist keine Einladung zu einem wie auch immer gearteten Grabenkampf und er ist auch keine einseitige Parteinahme für Personen. Es geht um einen offenen Austausch und Dialog trotz unterschiedlicher Ansichten im Respekt voreinander, in der Liebe zur Wahrheit. Diese Haltung mögen wir zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus einnehmen. Das liegt vor allem ihm am Herzen, denn er ist untrennbar Wahrheit und Liebe. Und abschließend darf ja auch gerne an die so wichtige Aussage von Michael Kotsch und Wilfried Bloch erinnert werden, die sie am 28. Januar 2022 tätigten. Daran, sich zu erinnern und danach zu handeln, sollte nicht nur ein Versuch bleiben, sondern unser aller aufrichtiges Bestreben sein. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Jesus Christus in Matthäus 7, Vers 12 Abschließend noch ein Hinweis. Dieser Zwischenruf ist als PDF-Dokument inklusive wichtiger Fußnoten im Internet verfügbar. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Eberhard Dahm Jungs-Ton-Groh